Den Handgriff von der Heavycam, die hier, das ist der Handgriff, der hier vorne dran ist, den kann man also nachkaufen, was auf der einen Seite ganz gut ist, wenn der mal kaputt gehen sollte, was aber eher unwahrscheinlich ist. Was aber gut ist, dass ich den Einzelnen nachkaufen kann, ist, dass er nämlich wunderbar hier als einfacher Handgriff unter einer Video-DSLR zu verwenden ist. Das ist nicht einfach nur irgendwie so ein Stück Metall oder Gummi, was man sich da drunter macht, der ist wirklich richtig griffig, der ist gummiert, leicht genoppt, kameralicht wahnsinnig gut damit in der Hand. Man sieht auch hier, man könnte fast damit, nein, lassen wir lieber, ist ja ein Video-DSLR, soll man nicht machen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das ist der Heavycam, der sogenannte Hensel Video-Handstativ, es ist im Prinzip eigentlich nur ein Handgriff, der aber wirklich griffig ist. Das ist das Besondere bei diesen Heavycam-Dingern, darum sind die auch hier vorne dran. Es ist also derselbe Handgriff, der auch hier vorne dran ist, den man also hier einzeln erwerben kann, um halt eben seine kleine EVE-Bridge- oder kleine Video-DSLR, wie in dem Fall hier einfach so zu nehmen und dann einfach so aus der Hand lustige, tolle Sachen filmen kann. Ciao!